Am 23.11.2018 gegen 14.30 Uhr ereignete sich auf der B50 bei Bieringsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger BKW-Lenker aus Hochstraß mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der BKW überschlug sich mehrmals und kam im Straßengraben zu liegen. Der Lenker wurde beim Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.